so wir haben sie auch schon freitag wow freitag freitag ist übrigens der tag da hat man frei nicht wirklich das ist ja schön so eine vier tage woche ich sehe gerade neue folge hat bekommen hallo leute netten hallo leute ein herzliches bekommen so eine neue idee zwei torfolge mein name ist himm ich begrüße euch an bord haben es gab ganz klar was ist denn da los amerika verdäuchte ich hoffe die reise ist angenehm auch durch kleinere komplikationen auf die fahrt ist weiterhin recht angenehm wir haben es mittlerweile 22.12 und ich bin immer noch hier im steuer übermüdet durchgepeitscht ich muss doch noch mal eine 20 kinder und meine drei frauen daheim erlernen deswegen muss ich hier weiter mal hoch ich muss hier rechts ich muss hier rechts so und dann gehen wir jetzt mit geben fahren jetzt mit vollgas in richtung deutschland und dann sind wir wieder back in garamanski ich weiß nicht warum aber der norden hat es mir irgendwie angetan also der norden in anführungszeichen nordwesten mäßig niederlande und norddeutschland so gefällt mir gefällt mir besser als unten vielleicht liegt es einfach daran dass die leute hier oben einfach irgendwie entspannter sind oder täuscht das also ich habe das gefühl die leute morgen in norddeutschland was diesen ruhiger die haben eine andere mentalität als die hier unten weil hier unten ist alles gestresst schnell 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 und 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 auf 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 und keine zeit keine zeit keine zeit ja das ist ja auch eigentlich ein grund warum ich mehr oder weniger aufs land ich bin kein stadtmensch ich bin kein stadtmensch ist es einfach so ich glaube ganz gerne mal durch frankfurt ich gucke mir das ganz gerne an was heißt ganz gerne angucken ist es ist nicht schön anzugucken von 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 der ferne sieht frankfurt vielleicht schön aus mit den ganzen wolken kratzern aber wenn ihr da durchläuft leute geht durch den park ihr seht überall nur entweder optallose oder alles versifft zugeschmiert angewichst oder was das ist nicht schön das ist nicht schön klar es ist meine heimat das klingt aber auch sehr komisch ich sag mal so ich wohne ja nicht direkt in frankfurt deswegen habe ich ja noch eine recht kultivierte ecke das ist eine kultivierte ecke wo ich wohne also ich bin nicht in einem assi loch das kann ich sagen aber wer weiß vielleicht zieht es mich irgendwo in den nord klar bin ich im tiefen herzen bin ich in hesse aber nützt dir nichts nützt dir alles nichts wenn du darauf keine lust hast du musst das tun worauf du lust hast und du musst halt irgendwann wegziehen nützt dir nichts nicht jetzt ist mir viel waser gescheitern scheiße ich bin im urlaub nämlich für ein bisschen cola mit und ein bisschen nach china und noch ein bisschen süßigkeiten damit ihr versteht was ich mit nach fächter fächter das fächter haben wir also aus der ecke von fächter haben übrigens unseren ersten hund und der zweite glaube ich kam aus münsterland da war ich nicht mit bei an den tag wo meine eltern den hund geholt haben war ich leider sehr mit meinem vierster beschäftigt den ich gerade bekommen hat ein tag vor haben wir nämlich mal vierster geholt es wird langsam etwas warm vom computer und wir haben bereits 52 minuten aufgenommen hamburg bremen fächter auf der a1 irgendwie wollten die von der promoz map hier auch mal reinbringen dass das toll collect hier mehr oder weniger funktioniert dass die mautbrücken auch die wirklich jeweils pro kilometer in euro abziehen oder so klar euro schon habe ich ja war dass sie einfach symbolisch die an euro abziehen und meist die meisten im ets ame so preise der eine euro halt nicht aber das haben die vor ein paar jahren schon angekündigt gehabt das kam irgendwie da hatten sie mal ein video beigebracht da ist der unter der brücken durchgefahren da hat es auch ding gemacht dann ist ein euro weggegangen aber leider kann das nicht finde ich sehr schade muss ich ehrlich gestehen weil das ist so ein ticken realismus ich liebe es ja so autobahnen lang zu fahren wurde wirklich weit gucken kannst einfach es geht so kannst richtig schön mit 90 hier durchziehen ich liebe so was ich liebe so was runter vom gas ich bin voll drauf vor allem gas kann man ja bald eigentlich auch gar nicht mehr sagen umso mehr elektroautos es gibt wie nennt man es dann eigentlich runter vom strom runter von der spannung es ist überholverbot aber ich i dont give a fuck i dont give a fuck because i'm the real mother fucker and i dont care about any rules because i'm the show trucker off the off the off the autobahn amsterdam-kroningen-uldenburg wollen wir nochmal nach amsterdam fahren wer hat lust wer hat zeit ja amsterdam ist übrigens auch eigentlich eine schöne stadt aber es riecht an jeder ecke in amsterdam habe übrigens drei t shirts gekauft zwei fallout und einen amsterdam t shirt was aussieht wie jack daniels ich trage alle drei sehr gerne gerade trage ich ein fallout t shirt was ich in amsterdam und so merchandising shop geholt habe so jetzt muss er mit seiner mercedes klug konstant seine geschwindigkeit halten da bin ich zur ausfahrt da freie hansestadt bremen so jetzt lass mich lieber und jetzt ziehe ich vor dir rein und dann fahre ich da vorne runter kuxhaven bremerhaven hansestadt leben das seeldebrück ich hab's ich hab's zu spät gelesen was steht da seebaldsbrück hier ah ja be be mejor be Untertitelung des ZDF, 2020 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 da sind wir auch schon gleich am ziel da wird das video jetzt ein bisschen länger würde ich sagen da kann ich schlechte zusätzliche folge draus machen was hier eigentlich mit ihm macht er da pause oder was die machen da alle gefühlt pause biegen sie rechts ab meine männer tippen haben kraus gewippt ich weiß nicht wer das wissen will vielleicht die ganzen fangirls hier die sich an diesen gedanken die meine männer wackeln sich aufgallen ich halte es bestimmt nicht an wenn du nicht bei fest mit am skania dann kann ich dir leider nicht helfen so einfach ist das nämlich verstehst du das diese baustelle ist auch ewig küsschen wer gibt mir denn jeder kurs purer genuss super ab ein schickes auto kann man nicht anders sagen erst durchaus jetzt bin ich dagegen gefahren das habe ich was kaputt gemacht aber das war ich gar nicht das war schon so ich will hier nur eben kurz 14 tonnen getriebe wegschmeißen so fahren wir fix raus vor die tür so 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 ich lasse die stimmung gut dann würde ich sagen bedanke ich mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ihr bleibt gesund wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über einen like freuen über einen kommentar würde ich mir auch sehr freuen und ja was gibt es sonst noch noch zu sagen nicht viel danke fürs zusehen noch mal und man sieht sich beim nächsten mal wieder bis dahin